Und ist kein Betrug in seinem Munde erfunden worden? Hör auf, hör auf, wie ich mich trau. Aber die Pharisäer lachten ein Weib zu ihm, so im Ehebruch lebte. Jesus, aber sprach, so versammel ich dich auch nicht. Geh hin und Sündige ins Wort nicht mehr. 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 Geh hin und Sündige ins Wort nicht mehr.